Hallo zusammen und willkommen zurück. Heute geht es natürlich weiter mit unserer Tutorialreihe zum Deep Learning Studio. Wir wollen wieder mal ein neuronales Netz erstellen, beziehungsweise wir haben schon ein neuronales Netz erstellt. Ihr erinnert euch an unser Kaktusprojekt, das wegen einer Kooperation mit der Fresenius Hochschule entstanden ist, hoffe ich mal. Die bieten drei Studiengänge an, Wirtschaftsinformatik, Bioinformatik und Angewandte Informatik. Und das Kaktusprojekt, naja, das ist entstanden aus einigen Daten, die hier quasi, naja, Bilder sind, Luftbilder, wo man Kakteen erkennen soll. Also man soll schauen, ob da Kakteen drauf sind. Natürlich für Informatiker eine schöne Aufgabe und für Biologen eine praktische Anwendung. Das heißt, man kombiniert quasi zwei tolle Sachen auf einmal. Okay, wir schauen uns mal ganz kurz an, was wir letztes Mal hinbekommen haben. Wir haben hier einen Trainingsdatensatz gehabt, also wir müssen nur klassifizieren, ob Kaktus drauf oder nicht Kaktus drauf. Das heißt, wir haben zwei Möglichkeiten, also binäre Klassifikation im Endeffekt. Und ja, wir haben hier eine Accuracy von 43% erreicht. Das ist schlechter als Raten. Das heißt, was wir jetzt machen wollen in den nächsten paar Videos ist, wir wollen hier, was ist denn hier los? So ist besser. Ich habe quasi gerade aus Versehen das Darkteam angeschalten, ohne es zu wollen. Wir wollen hier natürlich jetzt das ganze Netz ein bisschen verbessern. Aktuell ist das auch noch nicht wirklich jetzt was, was man als neuronales Netz bezeichnen könnte, sondern eigentlich bloß, naja, Eingabebild. Das ist das Ding hier. Und dann zwei Ebenen, wobei eine davon was neuronales ist und die andere quasi gar nichts macht. Also ja, es ist im Endeffekt ein neuronales Netz mit einer Schicht. Das ist ein bisschen wenig, ne? Gut, also wir haben letztes Mal das Dance Layer kennengelernt, das einfach alle Inputs mit allen Outputs verbindet. Heute wollen wir speziell was für Bilderkennung kennenlernen und zwar das Convolutional Layer. Dazu einfach hier mal das Convolutional 2D Layer hier reinziehen und ja, dann kann ich euch auch schon was dazu sagen. Im Convolutional Layer werden Bilder verarbeitet. Das bedeutet, ihr habt danach zwar immer noch Bilder, aber eben neuronal verarbeitet. Sprich, es werden von unserem, also dieses Eingabebild besteht im Endeffekt aus drei Bildern Rot, Grün und Blau. So, und deswegen hier vorne die drei übrigens. Ihr könnt auch mehr haben als drei, das geht durchaus. Aber im Normalfall sind es drei, wenn ihr ein ganz normales Eingabebild habt. Und 32 auf 32 Pixel. Was jetzt das Convolutional Layer macht, ist, es nimmt von diesen 32 mal 32 Pixel die obersten X linken und obersten. Das heißt, ihr könnt hier angeben, wie groß euer Filter sein soll. Ich mache hier mal einen 5 auf 5 Filter. Das ist quasi die Angabe, wie viele Pixel da genommen werden sollen. Ups. Wir wollen also hier sagen, okay, die obersten 5 Pixel, also von oben angefangen, 5 Pixel nach rechts und 5 Pixel nach unten. Das ist das, was wir als erstes verarbeiten. Das sieht man hier so ein kleines bisschen als Matrix dargestellt. Eben diese schwarzen Pixel werden verwendet. Und die werden dann auf ein Pixel im nächsten Bild neuronal abgebildet sozusagen. Das heißt, es folgen einige Berechnungen intern. Und dort wird dann eben der nächste Pixel aus diesen 5 Pixeln berechnet. Und zwar so, dass der Fehler am Ende zu dem Ausgabewert hier möglichst gering ist. Das heißt, wir wollen natürlich unseren Ausgabefehler minimieren. Und daran arbeitet im Endeffekt das Netz die ganze Zeit. Und ja, der Filter hier passt sich so an, dass dieser Fehler möglichst gering ist. So, jetzt können wir hier sagen, okay, wir hätten ganz gerne, dass wir, also nach diesen 5 mal 5 Pixeln, also diesen 25 obersten linken Pixeln, danach gehen wir eins nach rechts. Das heißt, wir nehmen das linkeste Pixel, nehmen wir nicht mehr mit, gehen aber dann eins weiter nach rechts. Sprich, die nächsten 5 Pixel und die nach unten, also die nächsten 25 Pixel im Endeffekt, werden verwendet. Und dann wieder die nächsten 25 und so weiter und so fort, bis wir durch das Bild durch sind. Dadurch wird unsere Bildmatrix ein kleines bisschen kleiner. Und am Ende flatten wir das Ganze wieder, hängen ein Dense Layer hinten dran oder vielleicht auch zwei. Das werden wir gleich noch machen. Und dann haben wir den Ausgabewert. Und ja, das ist im Endeffekt alles, was das Convolutional Layer macht. Convolutional Layer sind wunderbar geeignet für Bilderkennung und für ein paar andere Aufgaben mittlerweile auch. Darunter fallen zum Beispiel auch teilweise Texterkennung, wenn euer Text eine feste Länge hat. Aber im Normalfall nimmt man sie wirklich hauptsächlich für Bilderkennung, weil sie da einfach wunderbar geile Ergebnisse liefern. Und das werden wir auch gleich sehen. Also erinnert euch bitte daran, wir haben jetzt hier ein Ergebnis von, sorry, ja, das kommt, wenn man irgendwo draufklickt und erwartet, dass es gleich funktioniert. Genau, hier, wir haben einen Fehler von, äh, Quatsch, eine Genauigkeit von 43%. Und die gilt es natürlich zu überbieten. So, jetzt müssen wir hier noch die Number of Filters angeben. Nun, im Normalfall gehen die Number an Filters, also wie viele Ausgabebilder wir dann haben. Wir haben hier drei Eingabebilder, dann machen wir eine Convolution und dann haben wir wieder so und so viele Ausgabebilder. Also Filterausgaben sozusagen. Und die geht im Normalfall immer hoch, weil die Pixel gehen runter. Ich zeige euch das gerade mal kurz, wie das aussieht. Die Dimensionen, und das ist das Geile, werden von Deep Learning Studio für euch automatisch berechnet. So, wir sehen hier, das brauche ich gar nicht verbinden, ähm, wir haben hier Eingabe 3, 32, 32. Und Ausgabe sind jetzt vier Bilder, allerdings nur noch 28x28 Pixel. Okay? So, das heißt, wir haben insgesamt, naja, nicht wirklich weniger Neuronen jetzt. Aber, naja, es sollte trotzdem was bringen. Wenn ihr hier drauf einen Doppelklick macht, dann seid ihr in der Lage, instans eine neue Schicht zu erstellen, die genau gleich ist, wie die Schicht, die ihr davor hattet. Das heißt, wir haben hier fünf, ähm, Filterreihen, fünf Filtercolumns, also fünf auf fünf Filter im Endeffekt. Und wir haben vier Ausgabebilder. Hier haben wir genau dasselbe. Einfach einen Doppelklick drauf machen, dann habt ihr das auch schon. Und, ja, ihr könnt die einfach untereinander hängen. So, jetzt habe ich gesagt, wir gehen hier im Normalfall hoch mit den Zahlen. Also mit den Bildern gehen wir hoch, denn die Pixel gehen natürlich runter. Also verbinden wir die mal. Jetzt haben wir nur noch 24x24 Bilder, aber dafür fünf davon. Hier sagen wir, wir haben jetzt sechs Bilder davon. Und dafür nur noch 20x20. Und dann gehen wir hier noch einen Schritt weiter und sagen, ähm, nee, da ist es. Wir haben sieben Bilder davon. Verbinden die wieder. Und dafür nur noch Pixel 16x16. Also es werden immer vier Pixel abgeschnitten an der Seite. Das sehen wir hier. Also von 32 auf 32 gehen wir auf 28x28, dann 24x24 und so weiter und so fort. Woran liegt das denn? Naja, das ist eigentlich relativ simpel. Wir haben Randpixel und diese Randpixel werden einfach knallhart abgeschnitten, weil die anders nicht mehr vernünftig verarbeitet werden können. Es macht keinen Sinn, diese Randpixel nochmal separat quasi reinzubauen und ergänzend irgendwie Nullen anzufügen an der linken und rechten Seite. Das würde irgendwie das Bild verfälschen, weil wir dann an der Seite schwarze Pixel anbauen würden. Also lassen wir das und schneiden einfach die Randpixel immer ab und das sind immer genau zwei auf der linken Seite, beziehungsweise eins auf der linken Seite, eins auf der rechten Seite, nee, zwei auf der linken Seite, zwei auf der rechten Seite und in dem Fall. Also es ist natürlich abhängig von eurer Filtergröße hier. Wenn ihr hier einen höheren Filter angebt, können wir gerne mal machen, 8 auf 8. Und dann sehen wir hier, gehen wir weiter runter. Also im Endeffekt, ja, wenn ihr einen Fünferfilter habt, dann sind es zwei, weil 5 durch 2 ist 2 Rest 1 und deswegen bleiben die dann übrig. Wer die Mathematik hinten dran möchte, der kann sich durchaus auch meine neuronale Netze-Playlist angucken, wenn ihr darauf Lust habt. Das ist allerdings ein bisschen mathematischer. Hier, wie gesagt, eher die Anwendung. Ich versuche aber trotzdem alle Informationen einzubauen, die ich irgendwie kann und ja, ich hoffe, das gefällt euch auch soweit. So, okay, dann machen wir hier mal 8 Ausgabe-Bilder und dann haben wir 8 12 auf 12 Bilder. Machen wir noch 1 und ich glaube, dann sind wir auch durch. Wenn es hier gerade mal die Werte nicht anzeigt, irgendwas anderes markieren, beziehungsweise abmarkieren und draufklicken, dann könnt ihr hier wieder den ganzen Wert editieren und dann funktioniert das auch. So, jetzt muss ich das ein bisschen tiefer bringen. Komm mal mit. Und dann kann ich das Ding hier wieder ans Flatten anhängen. So, jetzt habe ich hier nämlich 9 8 auf 8 Bilder. Und wenn ich das flach mache, habe ich im Endeffekt 9 mal 8 mal 8, was 576 ist und kann das in mein Flatten-Layer reingeben. Dann habe ich einfach nur noch 576 Neuronen. Flatten kennen wir ja schon aus dem letzten Video. Ist eigentlich nichts allzu Besonderes. Es macht im Endeffekt aus diesen, ja, aus diesen 9 mal 8 mal 8 Neuronen, die dann quasi wie ein Würfel da sind, macht es einfach nur einen flachen Vektor draus. Und das ist eigentlich auch alles. So, jetzt habe ich euch aber gesagt, im Normalfall hängt man hier hinten nicht nur eine verbundene, eine enge Schicht hinten dran, eine Dense-Schicht, sondern man macht im Normalfall mehr als nur eine rein. Und das wollen wir hier natürlich auch rein tun. Also keine Sorge, wir werden noch mehr Layer benutzen als nur das Convolutional Layer, nur eben nicht in diesem Video, weil ich euch da natürlich auch ein bisschen mehr Hintergrund geben möchte. Und das Convolutional Layer alleine führt schon zu echt guten Ergebnissen. So, jetzt können wir hier sagen, wie viele Output-Dimensionen wir im Dense-Layer haben wollen, in dem, was hier zwischendrin ist. Hier unten wissen wir, hier sollte Ausgabe 2 sein, denn sonst können wir es nicht richtig mit dem Output-Layer verbinden. Hier, naja, da können wir uns noch aussuchen, wie viel wir haben wollen. Der Wert sollte allerdings nicht größer sein als 576, denn das bekommen wir als Eingabe. Wir können ihn auch größer machen, aber dann erreichen wir wahrscheinlich das Gegenteil von dem, was wir wollen, nämlich damit unser Netz nicht kleiner, sondern größer. Und wir wollen am Ende nur zwei Ausgaben haben, sprich wir sollten von 576 uns der 2 annähern, die wir hier brauchen. Also sagen wir hier, okay, wir nehmen doch einfach mal, ich mag 2er-Potenzen, also 256. Und, ja, genau, das ist eigentlich so ziemlich das, was wir brauchen. So, jetzt müssen wir hier noch eine Kleinigkeit anstellen, und zwar die Aktivierungsfunktion, die wir hier benutzen. Wir können hier bei den Dense-Layers das Ganze erstmal weg. Wir lassen es einfach generell erstmal weg und schauen mal, was dann passiert. Okay, dann starte ich mal das Training und wir werden sehen, dass hier gleich mal meine Grafikkarte höher schnellt als das letzte Mal. Das liegt einfach daran, dass sich diese Convolutional-Layer besser parallelisieren lassen auf der Grafikkarte. Und, ja, wir sehen auch, es frisst deutlich an Leistung, aber wir sind immer noch nicht wirklich besonders gut hier mit unserer Accuracy. Liegen wir wieder bei 44, 43 Prozent. Oh, wow, wow, das ist nicht so gut. Naja, lassen wir es mal fertig trainieren. Wir sind ja noch nicht ganz fertig. Okay, bis gleich. So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Und, ja, heute, sehr, sehr interessant, sehen wir hier, also bei unserem jetzigen Trainingsdurchgang, sehen wir hier, dass wir im Endeffekt den exakt selben, also diese Dinger hier sind jeweils, da wo diese orangenen Bobbel sind, ihr seht die wahrscheinlich gerade so, da, 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 da und so weiter und so fort. So, ähm, da sehen wir immer so genau dasselbe Verfahren. Das heißt, wir haben erstmal einen Spike nach oben, einen richtig heftigen Spike nach oben mit einer Genauigkeit von über 70 Prozent. Und dann geht es hier wieder ordentlich nach unten. Und wir bleiben da unten. Und bleiben und bleiben und bleiben. Und dann gibt es hier diesen Spike. Und genau das wiederholt sich jede einzelne Epoche. Und das ist ein sehr, sehr deutliches Zeichen dafür, dass das neuronale Netz überhaupt nichts mehr gelernt hat nach der ersten Epoche. Es ist alles gleich geblieben. Und, ja, das erklärt auch, warum wir hier so eine furchtbare Currency haben. Also wirklich sehr, sehr schlechte Genauigkeit. Das scheint einfach hier nicht das Modell zu sein, was wir suchen. Nun, ähm, es gibt, äh, es gibt leider keine richtige Regel, was man jetzt machen sollte oder machen kann oder sowas. Man muss tatsächlich ein bisschen ausprobieren bei neuronalen Netzen. Es gibt ein paar Grundregeln, die ich euch auch alle versuche mitzugeben. Immer mal wieder zum Beispiel, dass hier eben diese Convolution-Schichten nach oben gehen und nicht nach unten. Aber, ja, das sind tatsächlich einfach nur Richtwerte. Selbst, naja, man muss im Endeffekt tatsächlich sich an anderen Beispielen orientieren und es ähnlich erstmal probieren wie die. Und dann muss man auf seine eigenen Aufgaben quasi das anwenden und eventuell anpassen. Und in unserem Fall sehen wir, das hat so nicht funktioniert. Was wir definitiv noch brauchen werden, sind Pooling-Layer und, ähm, Dropout-Layer. Aber, was wir auch offensichtlich sehen ist, so viele Convolution-Schichten macht irgendwie wenig Sinn. Das heißt, wir schmeißen die einfach mal knallhart raus. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal hier. Und dann können wir hier sehen, okay, 2400 Neuronen, dann sollten wir die hier vielleicht auch anpassen auf 1000 oder so. So, so, probieren wir das doch einfach so nochmal. Und, ja, tatsächlich, das ist der Trick bei neuronalen Netzen. Ihr versucht euch dem optimalen Ergebnis anzunähern, indem ihr einfach euer Netz anpasst, so wie es für euch am meisten Sinn ergibt und wie es vielleicht beim Trainingsdurchlauf besser wird. Ja, hört sich verrückt an, ist aber so. So, so, und da sehen wir schon, wow, das hat echt was gebracht. Wir sind bei einer, also ich habe jetzt mal das Training einfach für euch quasi übersprungen. Ähm, wir haben hier eine Genauigkeit von 70% erreicht. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Einfach nur durch das Ergänzen von diesen paar Convolution-Schichten, äh, Schichten, sorry. Und, äh, durch das Löschen von anderen Convolution-Schichten. Dieses Phänomen nennt sich Overfitting. Ähm, das ist ein relativ häufiges Phänomen. Und, ja, eins auch der größten Probleme. Euer Netz lernt quasi auswendig. Und zwar eure Trainingsdaten. Ähm, und, ja, dann funktioniert es halt nicht mehr ganz so gut. Beziehungsweise ist es, weiß nicht, es ist nicht wirklich sinnvoll, ähm, zu große Netze zu haben, wie wir gerade gesehen haben. Das heißt, man muss auch wirklich die Größe, also die Anzahl an Schichten, muss man so ein bisschen an sein Problem anpassen. Ähm, was ihr hier mal als kleine Aufgabe machen könnt, probiert euch einfach mal durch, wie groß der optimale Filter sein sollte für dieses Netz. Das heißt, ob ihr hier wirklich ein 5x5-Filter haben sollten, oder ob wir vielleicht besser ein 8x8-Filter nehmen. Oder nur ein 3x3-Filter. Oder vielleicht eine andere Größe, vielleicht gar nicht quadratisch, sondern 5x2 oder 5x3 oder 8x3 oder sowas. Oder 3x8, wer weiß das schon. Macht das mal als kleine Aufgabe, das ist immer ganz gut, wenn man da selber ein bisschen rumprobiert. Und eine Sache möchte ich euch am Ende noch zeigen. Und zwar, wir haben hier diesen Run 0, das ist der von letztem Mal. Das ist der, wo wir einfach nur diese Dance-Schicht drin hatten. Und das ist unter Results zu finden. Und was ihr jetzt machen könnt, ist, ihr könnt hier tatsächlich die anderen Runs auch noch eingeben und vergleichen. Und das finde ich ein super geiles Feature vom Deep Learning Studio. Ihr seht hier unten tatsächlich direkt, okay, wir haben hier die verschiedenen Werte. Der blaue Run, naja, das ist der Run 1. Also, wir fangen bei 0 an zu zählen, immer drauf achten. Run 0 ist der, den wir letztes Video gemacht haben. Run 1 ist der von diesem Video, äh, ja, der erste von diesem Video, also der schlechte. Und Run 2 ist der mit nur den drei convolutional Schichten. Und wir sehen hier immer direkt den Vergleich. Das heißt, wir sehen hier auch, was da sich eigentlich noch getan hat. Aber was wir auch sehen ist, wir haben selbst hier nach der ersten Epoche bei unserem aktuellen Run nicht mehr wirklich was verbessert. Eigentlich ist die Validations-Accuracy immer genau gleich geblieben. Das heißt, wir haben eigentlich nach der ersten Epoche nichts mehr gelernt. Und das heißt, unsere, naja, unser Training ist eigentlich relativ schnell zu Ende. Und das ist auch der Indikator für andere Dinge, zum Beispiel, wie viele Epochen wir hier brauchen. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Also, genauso wie Pooling-Schichten und Dropout-Schichten. Und das machen wir dann nächstes Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Probiert da selber ein bisschen rum. Das würde ich euch super, eigentlich kann man, das ist das Einzige, was man hier wirklich empfehlen kann. Selber rumprobieren, damit ihr das lernt. Und ja, das war es von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr nochmal kurz bei der Hochschule Fresenius vorbeigucken könntet, ob euch da ein Studiengang interessiert. Zum Beispiel Bioinformatik. Daher eben dieses Projekt hier, das Kaktus-Projekt, wie ich es so schön genannt habe. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.